Helvetia ist die grösste Allbrancheversicherer in der Schweiz, hat eine Geschichte von 160 Jahren. Wir haben über 40 verschiedene Niederlassungen, also eine Generalagentur in der Schweiz vertreten und haben etwa 4'000 Mitarbeiter in der Schweiz und etwa 2'500 im Ausland. Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Indeed entschieden, weil Indeed sehr transparent und leistungsbasiert abrechnet und das hat uns sehr überzeugt. Wir nutzen neu das Zusatzprodukt ITA Apply von Indeed, weil wir gerne Neues ausprobieren. Der Vorteil des neuen Produkts ist, dass man nach Bewerbungen abrechnet. Die Herausforderung ist tatsächlich standardbedingt, dass man zum Teil, sei es ein Innovationsmanager oder auch ein IT-Mitarbeiter, je nachdem nicht an dem Standort findet, wo wir es gerade suchen, um diese zu motivieren, um auch zu uns zu kommen. Das Ziel ist es, Bewerber zu finden, die nicht nur fachlich zu uns passen, sondern wirklich auch den Mindset mitbringen, zu den Helvetia passen, mit uns wollen in die Zukunft gehen und auch einfach mal Sachen ausprobieren. Durch die Analyse von unserem Rekrutierungstool haben wir die Möglichkeit, zu tracken, woher die Bewerbungen kommen. Wir haben dort festgestellt, dass wir für Indeed qualitativ sehr gute Bewerbungen bekommen und entsprechend können wir unsere langfristige Zusammenarbeit sehr gut vorstellen. Die Zugriffszahlen steigen stetig auf Indeed und das beweist es uns, dass wir auf den richtigen Kanal gesetzt haben. Ich war auf Stellensuche und habe kein grosses Netzwerk privat und dadurch bin ich im Internet auf Stellensuche gegangen. Ich bin dann schnell auf Indeed gestossen. Das Stellenangebot war sehr breit und für mich gab es einfach viele Angebote, die ich für mich nutzen konnte. Indeed wurde mir von meiner Mutter vorgeschlagen. Sie hat vor ein paar Jahren ihre Stelle auch über diese Plattform gefunden. Mir ist aufgefallen, dass Indeed sehr viele Jobangebote hat und auch mehr wie auf anderen Seiten. Die Auswahl ist sehr positiv, weil man eben genau eingrenzen kann und sich dann sein Angebot herauszusuchen und eben auch mehr Auswahl hat. kümmert werden. Simulation 0 Mm眠 Sitzung